Musik Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute wieder in der Kategorie, was koche ich heute? Und zwar mache ich heute ein leckeres Hauptgericht, so ein bisschen schweizerisch angehaucht. Und zwar gibt es geschnetzeltes Zürcher Art und es gibt Rösti dazu, also Kartoffel-Rösti. Und ich zeige euch jetzt mal kurz die Zutaten. Das ist jetzt kein originales Rezept, also ich habe es an gewissen Stellen abgewandelt und deswegen nennt man das auch geschnetzeltes Zürcher Art und nicht Züricher geschnetzeltes. Und ich zeige euch jetzt kurz die Zutaten. Und zwar habe ich 600 Gramm mehlich kochende Kartoffeln. Ich habe Salz und Pfeffer, etwas Muskatnuss. Dann brauche ich für das Geschnetzelte 900 Gramm Kalbsfleisch. Das ist jetzt von der Oberschale. Fünf Schalotten, 500 Gramm Champignons. Die habe ich bereits mit einem Tuch einfach ein bisschen abgerieben. Drei Esslöffel Sojasauce, einen halben Esslöffel Speisestärke, 250 Milliliter Brühe. Und ich habe hier noch 200 Gramm Sahne, ein bisschen Butterschmalz und Petersilie und Zitrone. Und zwar wird eigentlich beim originalen Geschnetzel Züricher Geschnetzelte, wird eben auch Weißwein benutzt. Und man muss halt Kalbsfond benutzen. Auf Weißwein möchte ich verzichten und Kalbsfond, den konnte ich jetzt nicht selber machen. Und wenn man den kauft, muss man drauf, also finde ich, muss man darauf achten, dass man wenigstens einen ohne Geschmacksverstärker nimmt und ohne Hilfe-Extrakte. Und da ich das nicht gefunden habe, nehme ich jetzt eben einfach Brühe. So, jetzt bereite ich zuerst mal die Rösti vor. Und zwar nehme ich die Kartoffeln und schäle sie erst mal. Und ich habe jetzt einfach mehlig kochende Kartoffeln. Die enthalten nämlich mehr Stärke und dann haftet das besser zusammen. Und man streitet sich eigentlich immer darum, ob man immer ganz rohe Kartoffeln nimmt oder ob man gekochte Kartoffeln nimmt und die zu Rösti verarbeitet. Und es gibt sogar die Variante als Mischung, also dass man rohe und gekochte nimmt und die dann zusammen verarbeitet. Ich mache das jetzt einfach ganz roh und mache auch gleich zwei Zubereitungsweisen. Einmal in der Pfanne und einmal im Backofen. Die Kartoffeln wasche ich jetzt kurz ab und dann reibe ich sie in feine Streifen. Die Kartoffeln sind jetzt gerieben und ich wollte euch mal zeigen, was beim Foodprozessor übrig bleibt. Das ist nämlich gar nicht viel. Und zwar habe ich jetzt nur diese kleinen Reste. Also falls ihr euch immer mal gefragt habt, ob da was übrig bleibt. Jetzt gebe ich da noch etwas Muskat rein. Und Pfeffer und Salz mache ich erst nach dem Braten, damit es einfach nicht brennt und ich das schön ausbacken kann. Das lasse ich jetzt aber kurz stehen und bereite so lange schon mal die anderen Zutaten vor. Denn hier müsst ihr einfach erstmal alles richten und dann geht es gleich ans Kochen und dann geht es auch ganz schnell. So, jetzt nehme ich die Schalotten. Da habe ich jetzt fünf. Ihr könnt natürlich auch normale Zwiebeln nehmen, aber Schalotten sind vom Geschmack her ein bisschen feiner als Zwiebeln. Deswegen nehme ich jetzt die. Das ist ja auch ganz schnell. Die Zwiebeln habe ich fein gewürfelt. Man sieht es an meinen Augen. Ich muss gleich weinen. Und jetzt schneide ich noch die Champignons in feine Scheiben. Und eigentlich gehören Champignons nicht in ein Original-Zücher-Geschnetzeltes. Aber ich finde, es passt ganz gut. Und außerdem ist es auch so eine Abwandlung. Deswegen solche Art. Jetzt schneide ich das Fleisch noch in feine Streifen. Die sollten jetzt auch nicht zu klein sein, damit einfach die Streifen später schön saftig bleiben. Und da müsst ihr darauf achten, dass ihr das Fleisch quer, also gegen die Faser schneidet. Dann wird es nämlich schön zart. Also hier sieht man gut diese Fasern. Und quer heißt jetzt einfach, ich schneide jetzt nicht so, also mit der Faser, sondern gegen die Faser. Also so. Jetzt habe ich alles vorbereitet und kann jetzt das Ganze ausbacken. Und zwar werde ich jetzt mit dem Rösti beginnen und dann parallel das Geschnetzelte machen. Ich habe jetzt hier zwei Pfannen, eine etwas flachere, eine etwas tiefere. Und ich brate das Ganze jetzt in etwas Butares, also Butterschmalz, weil es einfach nicht verbrennt. Wenn ihr jetzt Butter nehmt, wegen dem tollen Geschmack, dann verbrennt es eben. Dann nehmt lieber ansonsten, falls ihr keinen Butterschmalz habt, einfach so ein Blumenöl zum Beispiel. Jetzt gebe ich das hier in die Pfanne. Und jetzt zeige ich euch erst mal die Variante in der Pfanne und dann noch im Backofen. Dann könnt ihr einfach entscheiden, welche ihr nehmen wollt. So, jetzt nehme ich mit einem Eisportionierer diese Kartoffelmasse. Können wir auch so ein bisschen reindrücken. Jetzt können wir einen großen Rösti machen, ich mache jetzt aber lieber mehrere kleine. Gebe das hier rein. Und jetzt am besten mit so einem Pfannenwender flachdrücken. Und jetzt dürfen die Rösti so von jeder Seite etwa, ja so sechs, sieben Minuten bräunen. Ihr müsst auf jeden Fall die Hitze auf etwa mittlere Hitze stellen, dass es einfach schön langsam gehen kann, die Kartoffeln gar werden und dann eben auch knusprig werden. Jetzt bereite ich noch das fürs Backblech vor. Also das wäre jetzt die zweite Möglichkeit. Und zwar nehme ich wieder mit dem Eisportionierer die Masse auf. Hab da halt immer gleichmäßige Portionen. Dann setze ich das hier hin, drücke es auch flach und dann bestreiche ich das Ganze mit flüssigem Butterschmalz. Also ich mache jetzt gleich ein bisschen der Butterschmalz flüssig in der Pfanne und dann streiche ich das drüber. Musik 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 Und die kommen jetzt bei 210 Grad Ober-Unterhitze für etwa 15 Minuten in den Ofen. Nach 8 Minuten muss ich sie einmal wenden und dann werden sie fertig gebacken. Und der Vorteil ist eben, ich kann sie in den Ofen stecken und muss da nicht mehr drauf aufpassen. Auf die Rösti müsst ihr jetzt halt aufpassen. In der Zwischenzeit kann ich schon mal das Geschnetzelte machen. Und zwar habe ich jetzt hier auch etwas Butterschmalz. Und die Pfanne ist jetzt ganz heiß und da brate ich das Fleisch jetzt ganz kurz, ganz scharf an. So, jetzt nehme ich die heraus. Die dürfen wirklich nur ganz kurz angebraten werden. Und am besten ist es, wenn ihr das Fleisch auf zwei, dreimal anbratet und dann rausnehmt, dann habt ihr einfach nicht die Gefahr, dass die Pfanne zu kalt wird und das Fleisch dann drin kocht. Weil es soll wirklich scharf angebraten werden. Und dann kommt es später nochmal mit in die Soße. So, jetzt gebe ich nochmal einen Esslöffel Butterschmalz in die Pfanne. Dann kommen da die Zwiebelwürfel mit rein. Jetzt schalte ich aber ein bisschen die Hitze runter. Mittlerweile kann man hier auch die Röstis wenden. So, die Zwiebeln jetzt zwei Minuten glasisch dünsten. Jetzt gebe ich die Champignons dazu und dünste die auch nochmal eine Minute mit. Jetzt streue ich die Stärke drüber. Die sorgt dafür, dass die Soße etwas gebunden wird. So, und dann jetzt direkt mit der Brühe ablöschen. Und an der Stelle würde jetzt auch der Weißwein mit dazu kommen. Jetzt gebe ich auch hier direkt die Sahne mit rein und stelle den Herd herunter und dann kann das einfach so ein bisschen in vier bis fünf Minuten reduzieren. Musik 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 Die Soße ist jetzt fertig. Da habe ich jetzt den Herd ausgestellt und jetzt kann ich sie noch salzen und pfeffern. Müsste einfach abschmecken. Und ich gebe jetzt noch erstmal noch kein Salz dazu, denn es kommt bei mir ja noch ein bisschen Sojasauce mit rein. Musik 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 Jetzt kommt hier das Fleisch wieder mit dazu. Und jetzt darf die Soße auch nicht mehr kochen, sondern das Fleisch muss einfach nur noch darin ziehen. Dann wird es schön zart und wird eben nicht säen. Und das kann jetzt so etwa fünf bis acht Minuten ziehen. Und in der Zeit mache ich die Rösti fertig. Und die Petersilie habe ich hier bereits schon fein gehackt. Und dann können wir gleich anrichten, wenn alles fertig ist. Musik So, ich bin jetzt fertig und kann anrichten. Der Murat, der darf gleich probieren. Der steht schon in den Startlöchern. Ja, heute darf es ruhig ein bisschen mehr sein. So. Also die Soße könnt ihr nach eurem Belieben gerne auch etwas dicker einreduzieren lassen. Ich möchte jetzt nicht ganz so dick. Da kann man auch mal schön Brot reintunken. Und da würde auch ganz gut etwas Reis dazu passen. Aber typisch ist halt Rösti. Kann man die Soße noch dicker machen? Ja, etwas länger reduzieren lassen, etwas länger kochen lassen. Jetzt gebe ich hier noch ein bisschen Salz über die Rösti. Dann kommt noch Petersilie über das Geschnetzelte. Und damit das Ganze nochmal abrundet, noch ein Spritzer Zitronensaft. Ganz leicht. Und dann darfst du probieren. Die Rösti im Backofen, die waren übrigens nicht ganz so knusprig, ich glaube, das sind jetzt sogar die, wie die aus der Pfanne. Also ich finde die aus der Pfanne etwas besser. Und wenn man sich die Arbeit übrigens sparen möchte und die ganzen kleinen Röstis machen möchte, kann man auch einen großen machen und den später wie so einen Kuchen zerteilen. Ja, ganz ehrlich, ich mag Röstis nur Knusprig, wirklich klasse. Sind gut, ne? Ja. Knusprig. Hm. Die Soße ist auch richtig toll. Das Fleisch sollte jetzt sehr hart sein. Gigantisch. Wirklich. Sehr gut. Und es war jetzt wirklich auch ein sehr schnelles Rezept. Man muss vorher eben nur, wenn man alles schneidet, alles gut vorbereiten. Und dann hat man eigentlich in etwa einer halben Stunde ein sehr leckeres Gericht. Also ich bin normal so ein Fleischesser, aber die Röstis sind ja so genial. Jetzt mag ich Röstis, jetzt gibt es öfter mal Röstis. Ja, und wenn ihr das Rezept nachmachen wollt, geht auf sallys-blog.de, da steht nochmal alles ganz genau. Wir lassen uns das jetzt schmecken, bevor das Essen kalt wird. Und viel Spaß beim Nachkochen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss. Die schmecken wie, tschüss, die schmecken wie die Kartoffelchips, wirklich. Wie Kartoffelchips. Nur besser. Ja, nur besser. Wow. Ja, nur besser. disservice zur röst unsafe. Ja, überall besser. Untertitelung des ZDF, 2020